Mein Thema heute lautet, ich nenne es mal gleich, frei von Zwängen. Also wenn ihr diesen Gottesdienst verlasst, werdet ihr euch nicht wiedererkennen. Wie befreit ihr da im Foyer dann sein werdet. Einer sagt Halleluja, die anderen denken Halleluja. Ja, das ist ja das Schöne, wir beten ja im Stillen. Und ich lese einmal aus dem zweiten Korintherbrief einige Verse vor. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3 bis Vers 6. Und zwar aus der Luther-Übersetzung. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Ich lese es einfach nochmal vor, weil einem solche Verse mitunter nicht sofort zugänglich sind, dass wir uns noch einmal darauf konzentrieren können. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Ich möchte erst einmal sagen, worum es in diesen Versen nicht geht. Also ich fange quasi mal mit einer Antipredigt an. Worum es nicht geht. Es geht nicht darum, die Gedanken anderer Menschen zu kontrollieren oder gar zu manipulieren. Wir beten sie auch nicht in den Gehorsam gegen Christus hinein, sodass sie quasi glauben müssen, ob sie wollen oder nicht. Darum geht es nicht, wenn hier davon die Rede ist, Festungen einzureißen. Was wir dagegen tun, ist folgendes. Wir bringen die Dinge ans Licht. Dort erkennen wir die wahren Hintergründe. Und ich sage gleich schon mal einmal im Voraus, wir bringen zuerst unsere Dinge ans Licht. Und nicht die der anderen. Auch nicht von Präsident Trump. Selbst die nicht. Sondern erst einmal unsere. Das ist ja auch eine Sache, da sagt Jesaja ja etwas drüber, dass wir aufhören sollen mit dem Fingerzeigen. Dass wir immer auf die anderen zeigen, was die falsch machen. Was es auch nicht bedeutet, ist folgendes. Unser Leben, unser aller Leben verläuft immer in Grenzen. Unser Körper ist nicht unbegrenzt strapazierfähig. Also ich meine, wer das noch nicht erkannt hat, ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Dann merkt man es. Einige Nicken voller Verständnis. Auch unsere Seele ist nicht immer strapazierfähig und nicht unbegrenzt. Auch unsere Persönlichkeit begrenzt uns. Wir können nicht einfach jemand anders sein. Können wir nicht. Wir sind zeitlich begrenzt. Wir können nicht alles tun. Wir sind räumlich begrenzt. Können nicht überall sein. Nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Unser Denken ist begrenzt. Wir können nicht alles begreifen. Obwohl wir es ja manchmal täten. Und auch unsere Gefühle sind begrenzt. Wir können nicht für jeden Menschen gleich empfinden. Das ist so. Das ist so. Wir sind begrenzt. Und wenn Jesus jetzt zum Beispiel an einer anderen Stelle sagt, wer glaubt, kann alles, bedeutet das nicht plötzlich, dass wir grenzenlos sind. Und wenn es darum geht, Festungen zu zerstören, bedeutet das jetzt nicht plötzlich, dass wir in ein unbegrenztes Land mit unbegrenzten Möglichkeiten hineintreten. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Also die Festungen, die wir zerstören, bedeuten nicht, dass wir quasi grenzenlos strapazierfähig, grenzenlos, was weiß ich, alles werden, sondern es geht um ganz bestimmte Festungen, die zerstört werden sollen. Es geht nämlich darum, dass wir frei werden von Gedanken und Gefühlen und inneren Zwängen, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen, zu Gottes Wort und Gottes Absichten mit uns. Also diese Festungen, von denen hier die Rede ist, wo man ja gerne schnell auf andere guckt, aber die sind erstmal für uns gemeint, diese Festungen, von denen hier die Rede ist, sind diejenigen, die Zwänge und Gedanken und Gefühle und was auch immer, die im Widerspruch zu Gottes Wort und Gottes Absichten mit uns selbst stehen. Das sind die Blockaden, die Gott mit uns zusammen im Namen Jesu zerstören will. Amen? Darum geht es. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt plötzlich einen 36-Stunden-Tag dann haben oder so, sondern es geht eben um diese speziellen Dinge. Und diese Befreiung beginnt bei uns. Es gibt nämlich einen sehr interessanten Vers in diesen Versen. Das ist der letzte Halbsatz. Da heißt es ja, so sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam. Das klingt ja erstmal merkwürdig. Sollen wir jetzt also strafen durch die Landen ziehen? Aber dann kommt so ein kleiner Nachsatz. Sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Und das bedeutet schlichtweg, die gesamte Geschichte beginnt bei uns. Sie beginnt bei uns. Und was die Strafen bedeutet, darauf gehe ich später noch ein. Also, daran erkennen wir, dass es bei uns beginnt. Sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Nun frage ich mich, was sind das denn eigentlich für Festungen? Also, wovon redet Paulus hier eigentlich? Woran erkennen wir diese Festung? Was will Gott, dass wir es in seinem Namen und mit seiner Kraft quasi einreißen? Was will er in unserem Leben verändern? Was soll auch an Behinderung aus unserem Leben verschwinden? Nun, ich habe schon gesagt, das was im Widerspruch zu Gottes Wort und Gottes Absichten ist, und das können wir eigentlich ganz einfach mal ablesen. Wir müssen nur zum Beispiel mal durch die Berchpredigt gehen. Das ist nur ein Beispiel, aber die Berchpredigt ist ja voll von Jesu Worten an uns, an seine Gemeinde. Und fangen wir mal einfach an. Also alles, was uns abhält, Licht dieser Welt zu sein, oder Salz der Erde, das soll eingerissen werden. Das soll überwunden werden. Das ist eine Festung, die uns quasi von unserer eigentlichen Bestimmung abhält. Alles, was uns davon abhält, Licht in dieser Welt zu sein. Und Jesus beschreibt das ja. So lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Und dann sagt er ja auch, dass es nicht etwas gibt, was, wie soll ich sagen, das Licht ausmacht. Sondern er spricht ja davon, ihr sollt euer Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das heißt, das Licht ist uns geschenkt. Jesus hat uns das Licht geschenkt. Christus in uns. Wenn wir ihn aufgenommen haben, ist er unser Licht. Amen. Sondern es geht eher um den Scheffel, also um das, was um dieses Licht herum kommt, was dieses Licht vor anderen verbirgt. Also alles das, was Jesus in deinem Leben und in meinem Leben an Leuchtkraft hineingegeben hat, das soll auch nach außen sichtbar werden. Das ist sein Wille. Und alles das, was es verdeckt, in irgendeiner Art und Weise, das soll zerstört werden. Davon redet die Bibel. Also wenn zum Beispiel das Licht, was er in uns angezündet hat, die Liebe ist. Und ich versuche jetzt, zu meiner Arbeit zu gehen oder in meinen Verein oder in meine Familie oder so und jetzt möchte ich mein Licht so richtig leuchten lassen. Es ist ja seine Liebe, die in unser Herz gegossen ist und nun möchte ich das richtig leuchten lassen. und da kommt mir irgendeiner so ein bisschen dumm. Und sofort geht da innerlich was hoch. Das kann man nicht gerade Licht nennen, was da hoch geht. Meine Adern schwellen an und ich habe irgendeine spitze oder zynische Bemerkung oder man sieht an meinem Gesichtsausdruck alles andere als Freundlichkeit und so weiter und so fort. Dann, ja was ist das? Das ist natürlich etwas Menschliches. Das ist normal, menschlich. Aber es schiebt sich plötzlich zwischen Christus in mir und Christus aus mir heraus. Das schiebt sich dazwischen. Und wenn sich etwas dazwischen schiebt, dann sagt uns die Bibel, dass Gott mit uns zusammen das einreißen will. Er will nicht, dass sich das immer dazwischen schiebt. Ich kann natürlich sagen, ja so bin ich nun mal und das ist doch menschlich und jetzt, lieber Herr, du wirst mich doch deswegen nicht verurteilen. Nein, er verurteilt uns ja auch nicht. Sondern er hat uns ja vergeben, aber er möchte, dass unser Licht nach außen leuchtet und wenn sich Dinge dazwischen schieben, dann will er mit uns zusammen das quasi einreißen, damit das Licht durchbrechen kann und nicht unter einem Scheffel steht. Darum geht es. Oder ihr seid das Salz in der Welt. Das heißt ja, dass wir quasi in dieser Welt auch uns nicht zurückziehen. Also Salz in der Welt oder ich sag mal ganz sippel, Salz in der Suppe ist kein Salz in der Suppe, wenn das Salz nicht in die Suppe kommt. Das ist tiefste Philosophie. Ne, das ist also, sagen wir mal, ein, aber ihr habt das verstanden. Also Salz in der Suppe ist dann kein Salz in der Suppe, wenn das Salz nicht in die Suppe kommt. Wenn ihr etwas mitnehmt nach Hause und man fragt euch, was wurde gepredigt, Salz in der Suppe ist dann kein Salz in der Suppe, wenn das Salz nicht in die Suppe kommt. Das heißt, Salz in dieser Welt ist nur dann Salz in dieser Welt, wenn das Salz auch in der Welt ist. Das heißt, wenn wir in dieser Welt sind und uns nicht zurückziehen von den Menschen, sondern wenn wir dort sind, wo die Menschen sind, wir sind nicht, sagen wir mal, wir sind nicht wie sie. Das ist schon richtig, denn wir sind ja aus Christus von Neuem geboren, aber wir sind unter ihnen. Wir sind wie Salz unter ihnen, um auch etwas von dieser Leuchtkraft, das gehört ja alles zusammen, Jesu leuchten zu lassen. Also merkt ihr, wir neigen ganz schnell dazu, bestimmte Dinge quasi zu kultivieren. Also wenn sich zum Beispiel etwas dazwischen schiebt, wegen meiner Wut oder auch meiner Ängstlichkeit oder meiner Schüchternheit, wenn sich irgendetwas dazwischen schiebt, was das Licht nicht nach außen leuchten lässt, dann kultivieren wir das ganz schnell und sagen, so bin ich nun mal. Aber genau das will Gott nicht. Sondern Gott will das einreißen, denn er hat eine Berufung und eine Bestimmung für jeden von uns und eine dieser Berufungen ist, dass unser Licht nach außen leuchtet. Also alles, was sich dazwischen schiebt, muss eingerissen werden. Das ist zum Beispiel eine solche Festung. Oder Zorn und abfällige Worte, Gedanken, das ist auch etwas, was in der Bergpredigt vorkommt. Zorn und abfällige Worte, das ist eine Festung und die schiebt sich dazwischen. Am Ende, eigentlich ist es ja dieser Satz mit dem Licht und dem Salz, das ist ja wie so eine Art Präambel, das ist ja eine Überschrift über die ganze Bergpredigt. Und zum Beispiel Zorn und abfällige Worte schieben sich dazwischen. Es ist mir schon manchmal passiert, dass ich mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch kam, wo jemand aus der Gemeinde oder ein Christ, den ich kannte, arbeitet, also in derselben Firma. Und dann sage ich, oh, kenne ich, geht hier in die Gemeinde oder kenne ich, ist Christ oder so. Und dann kommt plötzlich, was? So ein Stinkstiefel. Und dann denke ich, ei, 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 jetzt hast du echt ein Problem. Wie erklärst du jetzt, dass ein Stinkstiefel errettet sein kann? Aber Gott errettet auch Stinkstiefel, das ist wahr. Aber sie sollen nicht Stinkstiefel bleiben. Sondern der Gestank muss auch irgendwann mal raus. Und das sind diese Festungen und wie auch immer. Und dazu gehören auch Zorn und abfällige Worte oder unfletige Witze oder merkwürdiges Verhalten. Dazu gehört auch Unversöhnlichkeit. Auch das ist ein Teil der Bergpredigt. Wenn man sich nicht versöhnt, wenn man so nach dem Rechtsprinzip geht, wie so, ich habe doch mir nichts zu Schulden kommen lassen. Aber in der Bergpredigt lesen wir, selbst wenn du erfährst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, vielleicht ja gar nicht aus deinen eigenen Verschulden heraus, aber wenn du erfährst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin und versöhn dich mit ihm. Und da kannst du nicht sagen, ja wieso, ich bin doch im Recht. Der soll mal selber klarkommen. Sondern es heißt, geh hin und versöhne dich. Und alles, was mich hindert, ihr Lieben, hinzugehen und mich zu versöhnen, ist eine Festung. Das ist eine Festung, die sich gegen den Willen Gottes für mein Leben aufbäumt. Denn ich tue es ja am Ende nicht, was Gott will, dass ich mich zum Beispiel versöhne. Also ist das eine Festung. Und diese Festung soll eingerissen werden. Ein anderer Punkt aus der Bergpredigt ist Ehebruch, der ja schon, wie wir wissen, in der Bergpredigt im Herzen beginnt. Und alles, was dazu führt, also schon eine Verstimmung, schon ein, Krach kann es überall mal geben, aber schon ein inneres Abkühlen, ein sich innerlich losisolieren, isolieren von dem Partner, ein, sagen wir mal, nebeneinander, was schon gar kein Miteinander mehr ist, das ist der Beginn einer Trennung. Und wenn so eine Trennung beginnt, dann baut sich interessanterweise eine Festung auf, eine Gedankenfestung. Und wisst ihr, wie diese Gedankenfestung ist? Sie ist eine Art Rechtfertigung. Ja, wenn meine Frau mal ein bisschen hier oder ein bisschen da mir wäre, dann wäre ich ja auch mehr geneigt und so weiter und so fort. Oder wenn mein Mann mal ein bisschen netter wäre oder was weiß ich, sich nicht immer so merkwürdig verhalten würde, dann könnte ich ihn ja auch wieder akzeptieren oder respektieren und so weiter. Und da bauen sich also solche Gedanken auf, die im Grunde genommen das rechtfertigen, rechtfertigen, dass man sich allmählich auseinander dividiert. Das beginnt ja nicht gleich mit einem fetten Ehebruch, also in den meisten Fällen nicht. Sondern es beginnt so ganz allmählich. Man lebt sich quasi auseinander. Und das ist ja jetzt diese Festung, es bauen sich Gedanken in uns auf, die das rechtfertigen. Ein Pastor in unserem Bund, der hat Ehebruch begangen, der war sogar im Vorstand mit, fiel in den Ehebruch und das war dann auch ganz schlimm, die ganze Ehe ging kaputt und so weiter. Aber der hat einmal erzählt, wie das begonnen hat. Und das war ganz interessant. Er sagte nämlich, dass sein Verhältnis zu seiner Frau inzwischen so schlecht war, dass er es als, sagen wir mal, dass er es als Recht ansah, sich von einer anderen Frau etwas zu holen, was seine eigene Frau ihm nicht gab. Denn er fühlte sich dermaßen im Defizit und dermaßen im Schatten stehen gelassen, dass er meinte, das ist, das akzeptiert Gott, das toleriert Gott, wenn er sich das, was er jetzt nur mal braucht, an Liebe und auch Körperlichkeit und so, dass er sich das jetzt woanders holt. Und mit dieser Rechtfertigung, sagt er, hat er gelebt und hat er auch in seiner Gemeinde, genau wie ich heute, vor euch schön gepredigt. Es hat auch niemand gemerkt, also jetzt bezieht es mal bitte nicht auf mich, aber es hat auch niemand gemerkt und auch in den Vorstandsetagen und so hat es niemand gemerkt, bis es dann plötzlich rauskam und er erzählte, dass er sich so tarnen konnte, lag daran, weil er sich selbst eine Rechtfertigung in sich aufbaute und sich selbst quasi als richtig empfand, was er tat. und das, ihr Lieben, sind Gedankenfestungen. Man arrangiert sich mit bestimmten Dingen, man baut Gedanken auf, die das rechtfertigen und die stehen jetzt wie riesige Festungen da und geben dir selbst den Eindruck, das, was du jetzt im Moment machst, ist gar nicht so falsch und jetzt leuchtet plötzlich das Licht Gottes mal da rein und sagt, das ist absolut falsch. Und jetzt geht es los, diese Festungen, diese Rechtfertigungsgedanken, diese Selbstrechtfertigung einzureißen. Das werden wir natürlich nur dann tun und deswegen können wir das auch nicht so in die Welt heraus posauen, das werden wir nur dann tun, wenn wir in der Tiefe unseres Herzens wissen, dass Christus unsere Rechtfertigung ist. wir brauchen überhaupt keine rechtfertigenden Gedanken, weil er unsere Rechtfertigung ist. Aber dann sehen wir natürlich auch die Dinge, die nicht so gut laufen, so zum Beispiel beim Ehebruch oder auch bei der Ehescheidung. Ich halte das nicht mehr aus, das habe ich schon oft gehört. Und was führt dazu, dass man es nicht mehr aushält? In den meisten Fällen, die ich erlebt habe, sind das oft Begrenzungen der Persönlichkeiten. Da sind zwei Leute und irgendwie können die sich nicht mehr weiter aufeinander zu bewegen. Also am Anfang war es noch irgendwie so, aber dann verharren sie in ihrer Sturheit, wie so zwei Sturköpfe. und können schaffen es nicht mehr sich aufeinander zu bewegen. Aber daraus besteht nun mal Liebe, dass man sich aufeinander zu bewegt. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus, dann bewegen wir uns doch auf ihn zu. Wir heben sogar die Arme. Und wenn wir sagen, Jesus liebt uns, dann bedeutet das doch nicht, dass da ein Sturkopp im Himmel sitzt, der sagt, entweder sie machen das jetzt so wie ich oder du kannst schon mal alles vergessen. So ist er doch nicht. Sondern er kommt doch in unser Leben, er geht sogar ein Stück, er geht sogar ein Stück mit unsere falschen Wege. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren und auch wenn wir jetzt nicht immer ganz richtig gehen, geht er mit, weil er uns nahe sein will. Was sich liebt, geht doch aufeinander zu. Und wenn da plötzlich so in den Persönlichkeiten verhaftete Menschen sind, die so gar nicht mehr verrückbar sind, also bei extrem Verkalkten kann man sich das ja vielleicht noch vorstellen, aber das ist ja erst ab 110. Aber dann ist da eine Festung, ihr Lieben, eine Persönlichkeitsfestung und die Frage ist, ob Gott dir nicht helfen will, die mal einzureißen. dass du nicht in deiner eigenen Persönlichkeit völlig verharrst und bewegungslos bist und der andere ist eben anders und dann ist das alles immer schrecklich und dann lebt man nur noch so nebeneinander, bis man irgendwann es nicht mehr aushält. Ja, das kann man dann auch nicht mehr aushalten. Man sagt ja so schnell, niemand kann über seinen Schatten springen. Das stimmt. Niemand kann über seinen Schatten springen. Sag mal Axel, du hast da doch so eine wunderbare Leuchte da oben, so eine ganz helle. Kannst du die mal anschalten? Funktioniert die? Gestern hat sie nämlich da angebrannt. Leuchte mal auf mich, kriegst du das hin? So, ja. Ich möchte mal, dass ihr meinen Schatten seht. Wo stelle ich mich mal hin, dass ihr den Schatten seht? Ja. Na, hier, hier, achso, könnt ihr ja nicht sehen. Ja. Na gut, ich gehe mal an diese Wand, jetzt müssen wir das Experiment machen. Okay, Axel, hier sind wir. Könnt ihr meinen Schatten sehen? Nehmen wir mal den Schatten. Ich kann ja nicht über diesen Schatten springen, der geht ja immer mit. Ärgerlich. Es sei denn, ich bin Peter Pan. aber wisst ihr, was geht? Das Licht kann sich verändern. Lass doch meinen Schatten mal wandern. Ja, genau. Irgendwie noch nicht so ganz, ach guck mal, hier ist er jetzt. Hier sind zwei Schatten. Ihr denkt wahrscheinlich, der Mann hat einen Schatten. Also, gut, Experiment halb gelungen. Wenn das Licht sich verändert, verändert sich auch der Schatten. Gott kann das Licht verändern. Gott kann die Dinge um dich herum so verändern, dass du tatsächlich über deinen Schatten springen kannst. Gott kann deine Persönlichkeit so verändern, dass du wirklich anders wirst. Glaubst du das? Gott kann das. Gott kann das. Menschen müssen nicht wie Sturkörper nebeneinander leben, sondern Gott kann verändern. Könnt ihr ein Amen dazu sagen? Ja, also das mal für solche Situationen. Dann spricht die Bibel von wahrhaftig sein. Oder sie spricht davon, dem Bösen nicht zu widerstehen. Das ist ja überhaupt ein Hammer, dass Jesus sowas sagt. Dem Bösen nicht zu widerstehen. Wenn sich einer dein Rock nimmt, gib ihm auch noch den Mantel, heißt es. Wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann reich ihm auch noch die andere. Wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh die zweite. Das widerspricht komplett unserer menschlichen Natur und unserem Gerechtigkeitssinn. Das finden wir sowas von falsch. Stell dir vor, mal ganz wörtlich, dich zwingt jemand eine Meile mit ihm zu laufen. Du bist sowieso nicht so ein guter Läufer und jetzt zwingt er dich eine Meile. Das sind 1,8 Kilometer ungefähr. Na ja, Jesus hat wahrscheinlich eine andere Meile gemeint, nicht die amerikanische, aber wie auch immer. Da zwingt er dich, also so ein Marsch, du bist schon völlig fertig, du bist auch nervlich völlig fertig, weil du ja gar nicht diese Meile gehen wolltest, bist und sagst, so, jetzt gehe ich noch eine zweite. Also da ist wirklich Befreiung notwendig und ihr Lieben, da bauen sich Mauern auf. Da bauen sich Mauern auf. Das geht jetzt zu weit. Das habe ich doch nicht nötig. So ein Einfallspinsel, mit dem gehe ich doch nicht noch eine Weile zusammen. Erst klaut er mir den Rock, jetzt soll ich ihm noch den Mantel geben. Der Rock war ja billig von Aldi, aber der Mantel den habe ich doch teuer gekauft. Also das geht jetzt echt zu weit. Und mit der Wange, also mein einer Backenzahn ist schon raus, wo soll ich denn jetzt noch kauen, wenn ich ihm noch die andere reiche. So das geht einfach zu weit. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich muss jetzt auch mal an mich denken. Überhaupt, ich muss mal an mich denken. Ich hoffe, die Opfersammlung ist heute für mich da. Ich muss ja auch mal an mich denken. Und das kommt dann alles so hoch. Und ihr Lieben, das sind alles Festungen, weil sie dem Worte Jesu widersprechen. Sie entsprechen vielleicht unserem Denken, aber sie widersprechen seinem Wort. Und das ist eine Festung. Und diese Festung will Gott mit uns einreißen. Oder wir sollen, der uns bittet, dem sollen wir geben. Wenn sich jemand von uns etwas leihen will, dem sollen wir es geben. Sitzt da so Alkoholiker und bittet dich um Geld. Da kaufst du doch dir nur Schnaps von. In der Bergpredigt steht nicht, wenn euch jemand um etwas bittet, gebt ihn, es sei denn, er kauft sich Schnaps davon. Ja, aber das ist doch völlig blöd. Kennt ihr die Geschichte von dem in Kabotcha, der ein Pastor und Evangelist, der hat so eine Geschichte erzählt. da kam jemand, das war so ein stadtbekannter Säufer, der kam zu ihm und wollte sich 5 Dollar leihen und er sagte, nee, da kaufst du sowieso eine Schnaps für und dann ging er wieder weg und dann hat Gott zu dem Pastor geredet und sagt, lies doch mal in meinem Wort und was steht da, wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm auch ja aber nix aber sagt Gott und dann ist er zu dem hingegangen und sagt, du entschuldige, ich habe mich da falsch verhalten, hier hast du deine 5 Dollar und das hat dazu geführt, dass dieser Alkoholiker irgendwann in seinen Gottesdienst kam und sagt, sowas ist mir noch nie passiert, dass jemand das abgelehnt hat und dann hinter mir hingekommen ist und dann doch das gemacht hat, was ist das für ein Glaube den du da hast und am Ende hat er sich bekehrt und Jesus hat ihn freigemacht aber seht mal das sind alles Dinge die haben wir nicht in der Hand dieses freiwillige geben wenn dich jemand bittet ohne Argwohn ohne dass man so in das Leben hineinschaut ja was willst du denn damit was machst du damit erst mal die Hosen runter so sagt man bei der Bank erst mal die Hosen runter zeig mal deine Finanzen wollen wir erst mal sehen ob du das überhaupt nötig hast und so weiter und so fort nein dieses freiwillige wenn euch jemand um etwas bittet Jesus sagt das so einfach dann gebt ja sag mal dann sind wir ja bettelarm am Ende ja es sei denn man hat einen reichen Vater haben wir einen reichen Vater ja man müsste an den Reichtum rankommen ne ich sag euch wie man da rankommt wenn die Mauern die man um sich herum gebaut hat nicht mehr da sind dann siehst du nämlich auch die Schatztruhe die steht nämlich draußen vor deiner Festung da steht die Schatztruhe erst mal Fenster rein und dann einreißen und so weiter in der Bergpredigt anderen von Herzen vergeben schätze nicht auf Erden sammeln sondern im Himmel ohne Sorgen leben zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten und nicht richten kein schnelles Urteil über andere Fällen und so weiter man könnte ja über jedes Ding in der Einzelpredigt halten aber alles was sich da aufbaut in unserem Leben wo wir zum Beispiel dann schnell über andere urteilen sehr schnell wissen wer hier schuldig und nicht schuldig ist sehr schnell wissen wie die Motivation des anderen ist sehr schnell ein inneres Urteil sprechen alles das sind Festungen die sich in uns aufbauen und dem Wort Gottes widersprechen und bei einigen Dingen ertappt sich vielleicht der eine und bei den anderen Dingen ertappt sich der andere irgendjemand ertappt sich und dann kommen ja noch Dinge dazu dann kommen ja noch Zwänge dazu Paulus sagt einmal alles ist mir erlaubt aber nicht alles ist nützlich alles ist mir erlaubt aber ich will mich von nichts beherrschen lassen also kommen jetzt auch noch Zwänge dazu zum Beispiel Süchte Nikotinsucht Alkoholsucht Drogensucht Esssucht Magersucht Pornosucht Streitsucht Fernsehsucht Kaufsucht Computersucht Chatsucht Arbeitssucht gibt es auch süchtig nach Anerkennung Punkt 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 also das ist ja ohne Ende und dann kommen auch noch Zwänge dazu Selbstverletzung Kontrollzwang Putzzwang Redezwang und Schüchternheit Schüchternheit ist auch ein Zwang meine liebe Frau hat ja versucht mal mit Engelszungen etwas in unsere Mitte zu legen wenn jemand betet dann wäre es doch schön wenn der auch verstanden wäre weil wenn man so leise betet versteht es ist furchtbar niemand versteht mich ne ich bin zutiefst betrübt man wird nicht verstanden wenn man im Wohnzimmer Modus redet besonders ohne Mikrofon ich schalte es mal wenn ich ohne Mikrofon rede muss ich schon mal ein bisschen lauter reden ich brauche nicht zu schreien aber ich kann trotzdem ein bisschen lauter reden und das kann übrigens jeder weil jeder eine Stimme vom Herrn bekommen hat was uns hindert ist unsere Schüchterheit man mag nicht so laut reden die einen haben vielleicht von Natur aus eine etwas lautere Stimme und die andere eine etwas leisere das mag sein aber Schüchternheit ist auch ein Zwang ein innerer Zwang und einige kultivieren das und sagen wenn du mich verstehen willst dann komm doch her das können wir auch mal machen wenn jemand ganz leise betet dass alle anderen aufstehen und sich ganz dicht um die Person herum stellen ich glaube spätestens dann wird einiges klar aber das sind Festungen ihr Lieben das das legt man nicht so einfach ab das ist ja das Problem und das ist auch kein Vorwurf sondern das das baut sich ja in einem Menschen auf das ist genauso wie wenn du vor einem Menschen Angst hast und du sollst mit dem natürlich normal reden das kannst du nicht du kriegst Schweißausbrüche du kriegst Herzklopfen du kannst nicht mehr normal reden weil du irgendwie Angst hast oder da eine ganz große Spannung besteht und so weiter und so fort aber das sind alles Festungen und Gott will uns helfen aus diesen Festungen aus diesen Gefängnissen auszusteigen die Frage ist wie kommen wir da raus wie kommen wir da raus nun jetzt kehren wir mal zu dem Bibelwort zurück der Ausstieg aus diesen Festungen also das Zerstören dieser Mauern die sich auftürmen so dass wir am Ende nicht mehr dem Willen Gottes entsprechen bedeutet wir zerstören ihre Macht über uns also wenn es darum geht Festungen niederzureißen dann geht es nicht darum dass die Phänomene die uns aufhalten wollen ob es nun Schüchternheit oder irgendeine Sucht ist oder irgendein Zwang oder irgendeine Sache wo ich mit Jesu Geboten nicht im Einklang lebe das oder Ängstlichkeit mich zu ihm zu bekennen oder so was das auch immer ist das verschwindet nicht plötzlich darum geht es auch gar nicht dass es plötzlich verschwindet dass wir also sagen so vogelfrei ich kann jetzt alles ich bin so frei darum geht es nicht sondern dass diese Dinge ihre Macht über uns verlieren die sind immer noch spürbar da wenn jemand zum Beispiel Nikotinsüchtig ist und er hört auf zu rauchen dann verliert die Zigarette ihre Macht die Sucht wird erstmal eine Zeit lang noch da sein auch spürbar sein vielleicht auch über Tage Monate und Jahre aber die Macht sie hat nicht mehr die Macht sie bezwingt uns nicht mehr du musst nicht aus einem fliegenden Flugzeug aussteigen um deine Zigarette zu rauchen ist auch ziemlich ungünstig inzwischen nimmt man ja Nikotinflasche oder Leute fliegen erst gar nicht aber es verliert seine Macht es geht darum wenn wir Festungen zerstören dass diese Dinge die sich da aufbäumen und uns quasi hindern wollen das zu tun wozu Gott uns berufen hat darum geht es ja das ist die Freiheit der Kinder Gottes dass wir uns nicht mehr von ihrer Macht quasi bezwingen lassen wir zerstören ihre Macht über uns und was bedeutet das wie wie machen wir das das erste ist wir müssen es ans Licht bringen also wir müssen einmal die Sache benennen wenn ich zum Beispiel sage nehmen wir mal Schüchternheit das so bin ich einfach das gehört zu meinem Persönlichkeitstyp die einen sind so Poltergeister wie unser Pastor und die anderen sind eben mehr ruhig wenn ich das sage dann werde ich diese Festung nie bezwingen weil es in meinen Augen ja gar nicht etwas ist was mich hindert ich kultiviere es für mein eigenes Leben oder wenn ich meine Wut oder mein Zorn oder mein Ärger über Leute was ich sage so bin ich so bin ich nun mal da muss man sich ja auch ärgern also guckt euch das mal an wie die sich verhalten da muss man doch dagegen sein in dem Moment wo ich das sage werde ich es nie ans Licht bringen denn es ist ja nicht etwas wovon ich mich trennen will also der erste Weg zur Freiheit ist dass man sich überhaupt trennen will von dem was mich unfrei macht wenn ich das nicht will wie hieß es in einem Spruch wer sich nicht rührt spürt seine Fesseln nicht also wenn ich so ganz zufrieden da vor mich selber in meiner Gefängniszelle sitze dann will ich auch nie raus man kriegt ja auch einmal eine Suppe am Tag oder so sondern das erste ist ich muss es ans Licht bringen ich muss davon loskommen wollen auch wenn ich noch nicht aus meiner Kraft davon loskommen ich muss davon loskommen wollen ich trenne mich innerlich darum geht es und dann heißt es ja wir nehmen es gefangen wir nehmen die Gedanken gefangen das heißt wir trennen uns von diesen Gedanken wir sagen die gehören nicht zu mir die will ich gar nicht in Wirklichkeit sie bezwingen mich zwar im Moment noch sie drängen sich auf ich werde sie nicht los diese Gedanken und Gefühle und diese Zwänge ich werde sie im Moment nicht los aber ich will sie nicht sie gehören nicht zu mir das ist der erste Schritt zur Freiheit sonst wird niemand sich davon befreien wollen und dann heißt es wir nehmen sie gefangen das heißt wir kümmern uns darum dass sie nicht zum Zug kommen jemand den man gefangen nimmt der kommt nicht zum Zug der ist zwar immer noch da aber er kann nicht mehr das tun was er will diese Gedanken können nicht mehr das tun was sie wollen und dann heißt es ja wir strafen jeden Ungehorsam das klingt ja so wie so ein Richteramt oder wie so ein Kerkermeister aber das Strafen kann man auch anders verstehen wir bewerten jeden Ungehorsam das heißt ich bewerte dass es bestimmte Dinge in meinem Leben gibt die nicht richtig sind und das sage ich auch Herr Jesus das ist nicht richtig ich komme im Moment nicht davon los aber ich bewerte es ich strafe es ich sage es ist falsch und ich bitte dich darum mach mich frei wie Paulus mal gesagt hat das Gute was ich will führe ich nicht aus sondern das Böse was ich nicht will das führe ich aus damit bewertet er es damit sagt er ich tue etwas was ich eigentlich gar nicht tun will und damit bewertet er es und das sind diese Schritte zur Freiheit dann sagen wir nämlich nicht so bin ich nun einmal sondern und das würde ich uns allen empfehlen sag doch nicht so bin ich nur einmal sondern sag so werde ich einmal sein so werde ich einmal sein neulichs als ich einschlief ich weiß nicht wie das kam habe ich plötzlich geträumt oder in so einem Halbtraum ich komme in den Himmel und bin da und aber ich habe jetzt gar nicht so sehr den Himmel gesehen sondern ich habe gesehen ich wartete quasi so fast an der Tür wie eine Person nach der anderen hinterher kam und wie eine unglaubliche Wiedersehensfreude sich an dieser Tür abspielte während auf der Erde noch große Traurigkeit war weil nun ja wieder jemand gestorben war war im Himmel größte Fröhlichkeit weil man sich wieder gesehen hat also dieser Traum wollte mich gar nicht verlassen irgendwann bin ich dann eingeschlafen aber das plötzlich merkte ich ja da läuft das ganze Schiff hin da läuft das alles hin nicht ich bin nun mal so sondern ich werde einmal so sein ich werde einmal Jesus ähnlich sein ich werde einmal seine Charaktereigenschaften haben ich werde einmal seine Kraft haben ich werde in sein Bild verändert worden sein ach wenn es doch nur heute schon so wäre und dann kommt diese Sehnsucht auf dann beharre ich nicht in dem Alten sondern dann strecke ich mich aus nach dem Neuen und sage ach Herr wenn es doch schon so wäre und wenn ich in der einen oder anderen Sache auch mehr innere Freiheit hätte und dann sagt der Herr eben manchmal dann bittet mich doch einfach mal drum bitte mich doch einfach mal drum und dann machen wir das zusammen es ist nämlich eine Kombination von der Befreiung Jesu und meinem Glauben er befreit und ich vertraue ihm dass er mich befreit seht mal wenn da so eine Festung ist und ich sage Herr mach mich frei aber irgendwie glaube ich gleichzeitig das wird nie passieren dann laufen zwei konträre Gedanken ständig gegeneinander aber wenn wir ihm vertrauen und sagen Herr ich habe an dieser einen oder anderen Sache wirklich eine Not da ist eine Festung hat sich eine Festung in mir aufgebaut ich lebe unter bestimmten Zwängen ich habe eine Not mach mich bitte frei und dann sage ich und ich vertraue dir Herr dass du es machst und jetzt fange ich einfach mal an zu träumen wie es sein wird wenn ich frei bin ich bin noch nicht frei aber ich träume schon davon wie es sein wird wenn ich frei bin und in dieses Vertrauen hinein fließt die Kraft Gottes und irgendwann es passiert manchmal auf geheimnisvolle Art und Weise irgendwann drehst du dich um und sagst wow das das ist wirklich anders geworden jetzt ist wirklich was verändert in meinem Leben ich habe das gar nicht so richtig gemerkt das war gar nicht so ein Hammerschlag aber jetzt wenn ich mich so umdrehe früher war ich anders preis den Herrn ich höre mal hier auf frei von Zwängen Gott hat etwas Großes mit jedem von uns vor etwas Wunderbares ihr Lieben und dafür lasst uns ihn danken und jetzt auch mit ihm zusammen das Amen